Drei Monate hat Andrew Tate in Untersuchungshaft in Bukarest verbracht. Nun wurden der Influencer und drei mutmaßliche Komplizen unter Hausarrest gestellt. Ihnen wird vorgeworfen, Frauen sexuell ausgebeutet zu haben. Nach drei Monaten Untersuchungshaft in Bukarest sind der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate und drei mutmaßliche Komplizen aus dem Gefängnis entlassen worden. Stattdessen wurden die vier, denen vorgeworfen wird, junge Frauen sexuell ausgebeutet zu haben, unter Hausarrest gestellt. Das entschied das Bukarester Appellationsgericht am Freitagabend. Die vier verließen das Gefängnis unter dem Beifall vieler Fans vor dem Tor, wie der TV-Sender Digi24 live zeigte. Der Hausarrest solle für 30 Tage gelten. Danach dürfte auf Antrag der Staatsanwaltschaft erneut vor Gericht entschieden werden, ob der Hausarrest verlängert, eine neue Untersuchungshaft verhängt wird oder ob die vier völlig auf freien Fuß gesetzt werden. Das Appellationsgericht hatte am Freitag über einen Antrag der vier auf Beendigung der Untersuchungshaft entschieden, die eine niedrigere Instanz bis Ende April verlängert hatte. Das Appellationsgericht hat am Freitagabend. 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 Das Appellationsgericht hat am Freitagabend.